Und damit... Guten Tag Leute, Leo hier mit der fucking Handykamera, kein Gimbal und sonst was und Gottverdammt ist das Ding nah herangesummt. Also ich bin hier fast mit ausges... nicht fast. Ich stehe hier mit ausgestrecktem Arm am Start und ich wollte eigentlich nur kurz ein kleines Video drüber machen, weil es ist passiert. Ich habe eine Millionen Aufrufe gebrochen. Fucking hell, das ist... das ist schon geil. Ne, an dieser Stelle muss man natürlich zugeben, das hat wenig mit meinem, sag ich jetzt mal, Haupt... By the way, ich stehe jetzt gerade vor dem Fenster, weil hier am meisten Licht ist, ne? Es hat nicht so viel mit meinem Hauptcontent zu tun, wäre natürlich schön, aber die 20, 30, 40 Views, die ich auf meinem Hauptcontent bekomme, die sind nice, aber die kontributen natürlich nicht ultra viel zu der eine Million, aber das ändert nichts daran, dass ihr mit... Dadurch, dass ihr eben mein Hauptcontent aufguckt, auch wenn es nur die 30 bis 40 Views sind, aber über die Zeit, habt auch ihr meine Videos geschaut und auch ihr habt dafür gesorgt, dass ich eine Million Aufrufe habe. Das muss man sich mal so vorstellen, eine Million Aufrufe, das ist nicht wenig. Das ist auch irgendwie krass zu sehen. Ich werde es halt mal einblenden. 1554 Abonnenten und eine Million vier Aufrufe, das ist scheiße geil. Und dafür möchte ich mich auch eben bedanken bei euch. Ich werde versuchen, weiterhin meinen Content zu verbessern. Ich werde weiterhin versuchen, meinen Hauptcontent wirklich so stark zu machen, dass ihr wirklich sagt, hey, das ist wirklich geile Scheiße und das war es auch eigentlich mit dem Video. Ich wollte es kurz und knackig halten, weil ich denke, eine Million Aufrufe, Leute, ich hatte kein virales Video, sag ich jetzt mal. Klar, ich habe mit meiner MMOGA Serie und den Finisher Compilation ein paar sehr erfolgreiche Videos am Start, aber ich bin nie viral gegangen, sag ich jetzt mal. Und jetzt einfach eine Million Aufrufe nach fast 10 Jahren YouTube zu haben, das ist schon cool. Kann man jetzt wieder darüber diskutieren, dass ich ein bisschen lange dafür gebraucht habe. Meine 10 Jahre sind heavy, aber heute ist Montag, ich fokussiere mich einfach mal nur auf die guten Dinge. Und die guten Dinge sind, dass ich mehr als eine Million Aufrufe habe im Moment. Dafür möchte ich euch danken und dementsprechend sage ich dann auch, das war es mit dem Video. Kurz wie Scheiße, aber ein bisschen Schwund ist immer und dementsprechend sage ich dann auch. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, ich bin raus, haut rein.